Nicht, Digga, das ist Hugo. Digga, warum kommt mir diese Person so bekannt vor? Warum? Schiedzug. Ich weiß nicht wer, aber irgendwer... Digga, was labert er? Warum soll ich er sein? Hä? Digga, vor allem... Was sitzt da für ein reicher Schnösel, der sein Pullover so auf reich mit dem Knoten da macht? Ich klemme in meinem Stuhl fest. Naja gut, kann ja eh nicht aufstehen. Ich bin selber fett, danke für drei Tickeritos. Warum ist der so reich? Er meinte nicht dich, ja, wen dann? Das hier, Achtung. Weil ich sag dir ganz ehrlich, Digga... Warum ist da eine Cam so nah, Bro? Ich hab jetzt ehrlich geguckt, aber... Da war eh voll... Also, checkt das irgendwer von euch? Checkt das irgendwer? Digga, also dass er das geschaut hat, ist geisteskrank. Wer schaut das, Digga? Das Einzige, was ich davon gesehen hab, ist, dass ihr Höschen gestohlen wurde. Mehr hab ich davon nicht gesehen. Jo, was geht ab? Ja, was geht ab? Jo, 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 jo. Lack du, warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Reg dich ab, ich reg mich gleich ab. Nach dem Stream. Push to talk. Jo, 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 was geht ab? Hallo? Hallo? Eyo, jo, jo, Gertz. Gertz, Bruder. Gertz. Eyo, Gertz. Gertz. Er hat Voice-Shit ausgemacht, der dumme Wichser. Tschüss. ist echt so dann herzlichen glückwunsch ich bin momentan wieder auf einem gaming trip ich bin nämlich in der sucht gerade von clad of clans und ich habe richtig bock bekommen auf fortnights und fort ist ja für dich sehr gut durch kevin digga kevin war irgendwie weiß ich rotzock in fulda d aber hat einen tesla was also mittlerweile machen diese nachricht nicht mal mehr sind du hast recht ich heute nichts gegessen habe außer rob chips und ich glaube das war's doch bäcker bäcker habe ich noch gegessen wollen wir uns kochen ich habe kochsachen hier und können auf jeden fall was zubereiten was hallo hallo wie geht es dir gut gut hallo wie geht es dir gut das ist ein soundboard nice lass spielen wo landen wir keine ahnung wo landen wir da ok nice wo landen wir 19 du ok nice hast du freunde hallo aber das wahrne denn gerade? Hä? Digga, hat das auch irgendwie anders geworden, ne? Seitdem wir diese AI-Voices haben. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ja. Bist du live? Nein! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich schnippe die Ratspratspimmel ab. Dul, yalla, amuma, abavich, hey, hey, hey. Lecke deine fetten Nasenhaare mit frischem Eiter. Ich muss den Upload... Ich helfe dir! Ich muss Luca seinen Upload retten gerade. Chipp mal kurz. Brauch mir Hilfe. Ich helfe dir! Ich bin tot. Ich helfe dir! Ich spiele jeden Tag Fortnite, weil ich zumindest da noch laufen kann. Und da ich stoppe mir jeden Tag 23 Kuchen in mein fettes Maul Wollen wir noch einmal spielen? Okay. Welcher Fälle bist du? Weiß ich nicht. Ja. Weiß ich nicht. Hugo, schließ deine Augen und höre mir zu. Lass mich dich umarmen und mit dir kuscheln. Du bist die Person, die ich mein Leben lang bei mir haben möchte, Hugo. Digger. Das hat mich gerade wuselig gemacht. Spaß natürlich nur an der Stelle. Nordic, drei Ticken, Ritos, Kusel aus. Danke, danke, danke schön. Wie du denn den Mann mit KI steht in der Beschreibung eigentlich. Also ihr könnt, ihr müsst, wir haben momentan nur Hugo, Fabo, Trimex, Hugo, Fabo, Trimex, Lagatoro, Heiko, das war's, glaube ich. Dann müsst ihr halt davon den Namen nehmen, Doppelpunkt, Leertaste und dann den Satz. Olaf Scholz, ja, die neue Stimmen kommen morgen, morgen kommen neue Stimmen. Aber morgens fühle ich halt nicht lang, deswegen macht eigentlich gar keinen Sinn. Scheiße. Hugo gefickt? Das ist Hugo? Digga, der hat Haare. Chill mal. Hast du Freunde? Hallo? Hast du Freunde? Ja. Lass da landen! Wie geht das jetzt mit dem Sound... Wie geht das mit dem Soundboard? Erklär mal bitte. Was meinst du? Dein Soundboard. Was meinst du? Den Soundboard, du kannst, dass du nicht sprichst oder reden, ist keine Ahnung, ja. Ich benutze kein Soundboard! Digga. Alter, das ist mir so unangenehm gerade, ne? Auf jeden. Das ist so unangenehm gerade. Nein! Wenn du keinen Soundboard benutzt, dann sag mal genau, welch Level ich halt bin. Also von Battle Pass. Ich weiß nicht. Nicht so links. Ich weiß nicht. Dann sag, wie ich in-game heiße. 106. So, jetzt hab ich ihn gefickt. Was sagt er jetzt? Und wie heiße ich? So, jetzt tue ich so, als würde ich irgendwas einstellen. Hugo, ich möchte, dass du einen Win für mich holst. Du willst doch mich, Nagatoro, glücklich machen. Halt die Fresse, Digga. Halt es mal. Du Zudere, gut Rettig-Reeders. Ey, ich bin tot. Ey, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Bro. Wir sehen uns. Ja, auf jeden Fall. Ciao. Und gute Besserung, gute Besserung. Ja, okay, sag halt nicht Danke, ne? Musst du nicht. Ja, okay, sag halt nicht.